Kapitän Marco Reus ist bei Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund nach seiner leichten Bänderdehnung erwartungsgemäß wieder ins Training eingestiegen. Der 29 Jahre alte Offensivspieler absolvierte am Dienstag mit seinen Kollegen auf dem Trainingsgelände in Brackel die Einheit. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt einen Gratis-Monat! Trainer Lucia Favre hatte am Samstag nach dem 1 zu 0 bei RB Leipzig erklärt, dass er mit dem kurzfristig ausgefallenen Reus in der Vorbereitung auf das Liga-Heimspiel gegen Hannover 96 Samstag 15.30 Uhr im Leipzigar wieder rechne. Reus einer der Stars in der BVB-Hinrunde Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hatte eigentlich erklärt, dass er mit einer Ausfallzeit von 1 bis 2 Wochen bei Reus rechne. Punkt. Reus ist in dieser Saison ein absoluter Leistungsträger bei den Dortmundern. In der Hinrunde kam er in 17 Ligaspielen auf 11 Tore und 7 Assists. Punkt. Reus.